Willkommen zurück, liebe Zusehenden. Nach dem glücklichen Sieg... Doppelsieg, würde ich mal sagen. Doppelsieg. Habe ich mich dazu entschlossen, den Ficker erstmal im Schrank zu lassen und werde jetzt mich... Ach, nehmen wir jetzt Richtige? Ich nehme jetzt The Rock. Du kannst doch gerne Biohazard nehmen. Ne, den... Henrietta Van Zag. Ich werde dann Mankind tatsächlich nehmen. Okay, cool. Übrigens, ich möchte ja nur noch mal kurz einwerfen, bevor wir das Match starten. Zwischen den Folgen jetzt gerade saß Jan am Computer und hat im Internet erstmal Kombos und so nachgeguckt. Ich nicht. Ich nicht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mir die Kombos auch nicht zu meinem Rester durchgelesen, sondern ich habe einfach die Steuerung nachgeguckt und habe Philipp darüber informiert, dass man mit der A-Taste blocken kann und dass man mit dem Analog-Stick, wenn man den nach links tappt, aus dem Ring steigt oder hochklettert und nach rechts tappt, ausweichen kann. Und mehr habe ich tatsächlich nicht rausgenommen. Der Rest war einfach nur X ist Treten, B ist Schlagen. B ist Tie-Up oder Tie-In, wo man halt in dieses Wrestling geht und Y ist halt Punchen. Das ist alles, was ich wirklich daraus mitgenommen habe. Und das ist die Wahrheit. Ich habe mir keine Kombos durchguckt, weil ich muss sagen... Vielleicht machst du das Spiel-Fact mit dem Salto gleich an wahrscheinlich. Man muss dazu sagen, die Kombos sind wirklich... Ich dachte, ich lese das Streetfighter-Anleitung durch, hoch, runter, hoch, runter, links, rechts. Das hast du nicht gesehen. Auf sowas habe ich auch keinen Bock. Was für ein Match machen wir denn? Ähm... Was sind denn nochmal Hardcore-Matches? Da darf man glaube ich raus, oder? Und dann gibt es glaube ich Items und so. Machen wir wieder einmal 5 Minuten? Ach, da kann man nichts... Ist okay? Ja, machen wir. Okay. Die Folge muss ja rumgehen, ne? Items kann man aufheben, ähm... Habe ich gerade gelesen, mit L oder R, glaube ich. Ich weiß aber nicht genau. Ich habe es jetzt nicht gemerkt. Natürlich habe ich es mir gemerkt. Nein, ich habe es mir wirklich nicht gemerkt. Ja, ja. Aber ob A blocken ist, das sehen wir gleich. Habe ich den Schmell, la 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 la. Mit der Rock? Das ist gleich die Originalstimme, ne? Ist die das? Ja. Wenn du es nicht magst, dann... Ich habe dir eine Worte. Oh, das ist auf jeden Fall die Originalstimme. Ja, guck mal, der hat Nuss da Socko um der Hand. Warte mal kurz. Da liegt ein Fernseher. Oh ja, doch, hier guck mal. Siehst du, A ist blocken. Ich habe A gedrückt. Ich auch. Geil. Aber es kommt ein bisschen verspätet, oder? Aber wie... Wie läuft's... Ah, mit dem Steuerkreuz kann man nur normal laufen. Das habe ich nämlich zum Beispiel. Ich habe das Steuerkreuz. Ja, siehst du, dann war das das. Mit dem, dass man dann wirklich rausgeht. Ach, siehst du, nach links tappen ist das. Und so kann man dann auf den Linken. Ja, guck mal. Wie hast du es aufgehoben? Ja, mit L. Okay, ich habe es gerade nicht geschafft. Okay, aber ich kann damit nicht laufen. Doch, kann ich doch. Hä? Jetzt hat der es einfach Zeit. Und hier sind sie! Oh ja, diesmal werde ich verlieren. Oh ja, da liegt ein Kopf. Was ist das? Warte, ich will das aufheben. Warte. Nein, 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 nein. Wo geht's denn alles? Ich weiß nicht. Da will ich mich aus der Räge liegen, ey. Ich sehe schon, dass Das geht wieder aufs Gleichgewicht auslaufen. Was bringt denn Block hier? Ja wahrscheinlich kannst du nur blocken. Wenn du dann schon in so einem Wirbelwind drin bist, wie jetzt gerade. Hallo ich bin einer... ...eine sozialkritische Anspülung auf die Menschheit. Ich gebe dir gleich sozialkritische Anspülung auf die Menschheit. Ja, da sehe ich aber jetzt noch nichts von. Hast du wieder B getroffen? Ja. Ich glaube das ging mit dem Cage-Match einfach nicht. Ja. Ja. Einmal hast du gebrockt. Ich wollte das jetzt unkommentiert lassen. Ja, du hast das übernommen. Wie hast du das gemacht? Ja, kannst mal gucken. Ich geh scheiße. Was ist denn die Genghis Khan? Jetzt mach doch was! Was ist eigentlich dieses Knallgeräusch, oder? Genau! Ah, Sokko rufen jetzt! Sokko! 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 Okay! Ich werde mich echt daran gewöhnen, nicht den, äh, den analogsitz zu benutzen. Sie sind einfach dumm! Meine Güte jetzt! Jetzt gehe ich an die Seite. Ja genau. Ja links oben ist ja die Batterieanzeige. Achso, achso da. Ich glaube da ist das, ich weiß nicht was ich machen muss. Oh ok. Man this crowd is all pumped up. They're a bunch of bloodthirsty idiots. Nein. Yes. Yes! Oh shit! Da helfen die Länder in die Eier, die Boxe auch nicht. Also ich mache die wirklich keinen Schaden. Stimmt, ne? Oh krass. Also meine Schläge bringen einfach nichts. Vielleicht weil ich einfach keine Batterie habe, ich weiß es nicht. Ja das ist auch so ein Kotzen. Ja und schon wieder. Schwankt er. Ja das wollte ich auch gar nicht machen. Will dich doch nur oben hauen, damit ich dich endlich pinnen kann. Nein, falsche Seite. Ich kann auch nicht mehr ausweichen. Nach einer gewissen Zeit. Also ich glaube er ist so kaputt. Ich drücke gleich die Taste aber er macht nichts. Wie gesagt ausweichen kriege ich eh immer noch nicht hin. Ausweicht Taste. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Hardcore Matcher. Die Leute kommen wieder von zur Rauf. Der Rock braucht die Hilfe von der Titel. Die R顆. Du kannst den zu helfen? Das ist die Hilfe von der Technik. Isaac! Huch! 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 Komm jetzt aber! Huch! Huch! Oh, wieso kannst du denn noch so lange? Aber dein Batterie hat sich wieder aufgeladen, deshalb. Ich weiß noch nicht bei den Dingern, äh... Du hast das aber schon ein paar Mal übernommen. Ja, ja, ich glaube, weil meiner gerade so schwach ist, weißt du? Also ich kann ja nicht mal mehr normal was machen, gar nichts. Guck dir das an, ich zieh dir nichts ab. Stimmt, ich krieg immer was wieder. Du lese dich sofort wieder auf. Ich bin eine hirnose Scheiße. Oh, jetzt hast du mal mal. Warum mal immer? Ich hab nicht mal was gedruckt. Ich hab nicht mal richtig gedruckt, ne. Oh, das ist nicht. Ich glaube, jetzt darf ich draußen aber bleiben. Warte, warte, warte kurz, ich möchte noch kurz was ausprobieren. Na, du kriegst ja ein Schild aus dem Publikum. Ja, ne, früher auf dem N64 konnte man sich aus dem Publikum sich halt was hören, aber ich war nicht gegen das. Ja, ich weiss, da hast du so Stühle und so bekommen, ja. Ja, ich würde das Bierchen nicht. Oh, 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 oh. Check out this crowd, they're on there. Oh, 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 oh. Jetzt bleib' lieben, komm' jetzt. Warum stehst du da wieder auf? Es ist so sinnlos, ich blocke, es ist... So, ich blocke jetzt einfach mal nur noch, mal gucken, ob es da irgendwas... Jetzt kommt man in den Titan, naja, toll. Natürlich, wir mit Blotts die ganze Zeit. Jetzt habe ich dich... Ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wer war in den Titan, was du... Ich weiß es auch nicht. Und was du für eine Recovery Rate hast, ist sowieso total bescheuert. Ich bin halt Mankind. So, komm. Warum stehst du denn wieder auf? Lass mich dich doch einfach pinnen. Ist das eine Scheiße, dieses Spiel. Ist das clumsy. Ich finde es schon ganz gut. Es ist ein super Spiel. Jetzt kann ich dich wahrscheinlich nur drinnen pinnen. Nee, dann... Two, three. Yes! Drei von drei an. Ich gebe zu, Spiele, in denen es keine Steuerung gibt. Da bin ich nicht so gut dran, das stimmt, ja. Scheiße hier, ey. Ja, Philipp gewinnt, würde ich mal sagen. Da freue ich mich, dass du da nachher noch den Schriftzug draufschreiben darfst, auf dem Bildschirm. Philipp gewinnt! Mit Lasern. Für sowas passt sich keine Animation. So, Folge vorbei. Hat es echt viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Wuhu! Oh yeah!